ja 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 innerhalb von 15 minuten steigen wir ab ja genau schmeißt den ball noch langsamer her du spastiker hinterm tor also leute ihr dürft heute live dabei sein wie der 1. FC Nürnberg mit uns in die dritte liga absteigt welcome bei beklubtv und alle weil es haben ja anscheinend sehr sehr viele neu abonniert ich nehme mal stark an ihr wollt euch das drama hier geben und ja wir sind ja auch nicht so dass wir jetzt irgendwie sagen würden das wäre unverdient oder so oder es wäre schiedsrichter schuld oder so die einzigen die schuld sind das sind wir voll absolut kommen die fußballer sind nur wir danke mr franken oder m franken ja also du kannst also ok stock was ist wird sowieso nichts mehr da schau dir den mühl an mr mr ich bin absoluter vollhonk also gut nächstes jahr magenta tv gibt auch wieder live streams auf jeden fall wir freuen uns schauen wir mal ob man dann letzten endes doch durchgereicht werden ich finde es nur zum lachen durchgereicht werden in die in die förderliga und scheiß ich kann im moment nur mit mit solchen argumenten mit solchen argumenten um mich schmeißen weil sonst fange ich das weinen an habe ich keinen bock drauf vor allem nicht live dementsprechend pass auf wird geklärt ingo steller läuft allein aufs tor 4 zu 0 ist es dann eh rum ich habe jetzt feier ich will eigentlich nur noch dass es aus ist das ist endlich vorbei ist das ist das denn war klar danke übrigens mal marvin ja wir steigen ab 100 pro der wir steigen so was von ab wir steigen so was von ab wir steigen ab jetzt zwar pass auf der hält jetzt im ball war klar komm der wiesinger hat schon abgeschlossen innerlich der hat schon geschnallt so wie es jetzt gerade gesehen hast er hat schon verstanden dass es vorbei ist du musst jetzt bloß den ball als ingo steller musst du den ball vorne bloß noch halten so zehn sekunden zehn sekunden die letzten zehn sekunden zwar die bundesliga 1 fz nürnberg hopp ja mühl du hast wieder ist weg hopp fife ab hopp fife ab hopp fife ab dreh liga hopp hopp fife ab hopp fife ab sauber schleusener und auf der nochmal jaaa jaaa oh mein gaaah oh mein gaaah oh mein gaaah jaaa jaa jaaa jaaa Jaaaaa! Zähl! Zähl! Bitte lass ihn dann zählen! Nein, oder? Das war aber KV jetzt, oder? Jaaaaa! Oh Mann, Alter! Da legt der Martin hier, ist glaube ich kurz vorm Kotzen. Und sie machen nur vor! Ich hab meine Kette kaputt gemacht, scheiße! Mach jetzt bitte keinen Scheiß mehr! High game boy, high game boy einfach! Halt ihn dann einfach! Nimm mal aufs Tor! Halt ihn dann einfach! Aber jetzt pfeif ab! Jaaaaa! Jaaaaa! Das gibt es nicht! Oh Gott! Das gibt! Es! Nicht! Das glaubt dir kein Mensch! Das glaubt dir kein Mensch, Alter! Das glaubt dir keine Sau! Ach du Scheiße! Und Schleusner macht sein erstes Tor, ey! Das kann nicht einfach laufen! Das funktioniert einfach nicht bei den Fahnen! Das funktioniert einfach nicht! Ja! Und das macht ihr zum inversohensiv? Vielen Dank.